Die erste Spitze steckt drin und komischerweise finde ich auf YouTube, auch sonst im Internet, nicht wirklich eine Anleitung oder ein Video, wie man das Dingens wieder rauskriegt. Ich habe allerdings einen Löwendart-Dart-Spitzen-Ausdrücker und irgendwann weiß ich auch, dass man dazu die Scheibe rausklappen soll. Tja, ich wüsste jetzt nicht, wie das Ding... Das kann man schrauben. Muss man das abschrauben. Hoppasta. Okay, man muss es nicht abschrauben, jetzt ist die Feder rausgesprungen und es war so lustig. Ich hoffe, ich kriege das wieder rein. Also. Jetzt habe ich es wieder zugeschraubt. Ah. Und da kann man also so draufdrücken. Die Frage, ob man das von außen oder von innen machen sollte, denke ich mal von außen. Äh, von innen. Dann mache ich ihn mal aus. Dann stecke ich ihn mal aus. Dann fällt mir die ganze Scheiße wahrscheinlich gleich ins Gesicht. Okay, das ist der Schlüssel. Also das Ding ist normalerweise immer locker gewesen. Weiß nicht, wie das heute ist, aber... Sollte man das aufmachen? So und so? Ja, scheinbar soll man das. Okay. Okay, interesting. So. Da ist die Spitze. Mal ein Licht anmachen hier, dann sieht man es noch schlechter. So, da ist die Spitze. Da geht man natürlich jetzt so drauf, oder? Bumm. Spitze ist rausgefallen. Das hat funktioniert. Also das Ding, das schießt da so. Patsch. 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 Hätte man wahrscheinlich auch nach innen durchstecken können, aber wo ist das Ding dann? Da ist das Ding irgendwo hier drin. Schauen wir mal, ob hier sonst noch irgendwas drin ist. So, weil ich jetzt gerade da bin, würde mich mal interessieren, wie schwierig es ist, Segmente zu entfernen. Okay, das ist pipileicht sozusagen. Du nimmst es einfach und nimmst es raus. Weil ich habe ja hier noch ein paar Segmente. Hier auch ein paar Triple. Für, falls mal das Ding total zerbolzt ist. Das ist aber geil. Das ist echt einfach. Einfach zack, zack. Bei dessen sind die auch so stabil, wenn man da dran reißt. Die sind echt mit der Überlappung hier. Diese Greifhaken, die sind ganz schön stabil. Weil ich denke mir manchmal... Ah, hier steht 3. Januar 2018. Das ist tatsächlich auch ein neuer. So wie versprochen. Sehr schön. So, ob wir das wieder zukriegen. Ganz vorsichtig zuklappen. So, Sicherung an. Sicherung an. Ist das dahinter? Ja, das ist dahinter. Ja, das ist dahinter, ne? Äh... So. Ich bin hier. Ist das nicht zu sein. So, wenn ich mich schonsehnte. Jawohl. Vielen Dank.